Gewinner-Mindset und Resilienz. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen. Dass uns allen und zwar auch mir wirklich tief im Herzen dran liegt, wie wir durch unsere Herausforderungen uns navigieren und dabei nicht nur zu überleben, sondern auch gleichzeitig wachsen und gedeihen können. Und zwar es ist das Gewinner-Mindset plus die Resilienz. Stell dir vor, du bist auf einer Motocross-Strecke, du gibst Gas. Und der Wind peitscht dir ins Gesicht. Und plötzlich gerätst du in einer brenzlichen Situation. Instinktiv weißt du, was du zu tun ist und was zu tun musst. Du gibst noch mehr Gas gegen jede Intuition, beschleunigst du in diesem kritischen Moment. Und wie du durch ein Wunder stabilisierst sich dein Motorrad, dein Motocross und du vermeidest einen Sturz. Dieses Prinzip, das im Motocross-Sport gilt, lässt sich auch auf das Leben und insbesondere auf unternehmerische Herausforderungen übertragen. In diesem Sinne möchte ich mit dir heute über das Gewinner-Mindset und die unverzichtbare Fähigkeit der Resilienz sprechen. Es geht darum, aufzustehen, den Staub abzuklopfen und die Krone zu rüchten und weiterzumachen. Genau darum geht es, wenn wir von erst recht sprechen. Deine Einstellung, dein Mindset auf Neudeutsch, deine Überzeugungen und deine Glaubenssätze spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Herausforderungen hier zu begegnen. Resilienz, das konnte Kolleginnen und Kollegen weitermachen, auch wenn es schwierig wird, ist der Schlüssel zu deinem Erfolg, zu unserem Erfolg. Erinnere dich daran, dass das Gegenteil von Erfolg nicht Misserfolg ist, sondern das reine Nichtstun. Misserfolg ist nämlich ein Teil des Erfolgs. Das wahre Gegenteil von Erfolg oder Misserfolg ist Untätigkeit. Wie gesagt, das reine Nichtsmachen. Als Unternehmer, Selbstständiger oder Vertriebsmitarbeiter wissen wir, dass unsere Wege nicht immer leicht, aber sie haben Herausforderungen. Wir leben extreme Höhen und Tiefen und es ist unvermeidlich, dass wir auf der Ablehnung und Misserfolge stoßen. Aber genau diese Herausforderungen sind es, die uns wachsen lassen. Sie sind die Prüfsteine, an denen wir unsere Resilienz schärfen können. Und hier kommt das Umfeld ins Spiel. Umgeben von Menschen, die ähnlich denken, die in Herausforderungen Chancen sind und die nie aufgeben, wird auch deine Einstellung, dein Mindset eine von unbeugsamer Entschlossenheit sein. Du wirst diszipliniert, motiviert sein, weiterzumachen, den Aufgaben in eine andere Option zu lenken. Also, wenn du das nächste Mal für eine Herausforderung stehst, denke an das Motocross-Prinzip. Beschleunige, nutze die Situation als Chance und lerne zu lernen, um zu wachsen und schlussendlich auch stärker daraus zu gehen. Jetzt möchte ich dich nun heute ermutigen, diese Prinzipien in deinem Leben umzusetzen. Arbeite Schritt für Schritt daran. Deine Denkweise, dein Mindset zu stärken. Und du wirst sehen, wie du nicht nur durch Herausforderungen kommst, sondern wie du sie zu meistern und als Gewinner hervorgehst. Denke daran, Erfolg ist die beste Rache. Jetzt erst recht. Egal was passiert. Arbeite an deiner Denkweise, an deinem Mindset und alle Weichen auf Erfolg zu stellen. Ich hoffe, diese kurze Podcast-Episode hat dir Inspirationen gegeben und neue Einblicke gegeben. Bis zum nächsten Mal beim Michael-Wahrauf-Podcast. Bleibe stark, bleibe diszipliniert, bleibe motiviert und vor allem bleibe in Bewegung. Dein Michael Dein Michael